Die Tycables Unicorn ist eine recht neue Windel, die erst seit wenigen Monaten auf dem Markt ist. Ab Mitte Februar 2023 konnte man sie vorbestellen, knapp einen Monat später erfolgte die Auslieferung. In Europa dagegen hat es noch einige Zeit gedauert, ungefähr ab Ende Mai 2023 haben sie die ersten Shops ins Programm aufgenommen. Selbst importieren war natürlich davor schon möglich. Je nachdem, wo ihr wohnt, kann das aber deutlich teurerer werden. Streng genommen ist die Unicorn gar keine neue Windel im Sinne einer Neuerscheinung, sie gab es schon mal, allerdings in einem anderen Design. Hier könnt ihr die etwas älteren Bilder sehen, sie zeigen die Aufdrucke der ersten Version, es sind Einhörner in verschiedenen Farben auf der Windel aufgedruckt, dazwischen Sterne und Schmetterlinge. Auffällig sind die Seiten durch ihre komplette Färbung in rosa. Diese erste Version der Unicorn wird nicht mehr produziert, sondern nur noch die zweite neue, die wir uns nun genauer anschauen werden. Die Packung hat sich nur leicht verändert, man hat die Motive etwas vergrößert. Sowohl die alte, als auch die neue Verpackung heben sich durch ihre komplette Bedruckung von den anderen ab. Viele ABDL-Windeln sind in durchsichtiger Folie verpackt, auf der nur ein Kleber mit Name und Informationen der Windel angebracht wird. Hier ist die Packung deutlich aufwendiger gestaltet. Diesen Trend konnte man schon in den vorherigen Folgen der Windel-News beobachten, etwa bei den neuen Kido-Windeln. Einem anderen Trend folgt der Hersteller aber nicht, die Unicorn wird in den Größen M, L und XL angeboten. Die größte Größe XL wird zunehmend gestrichen, da die Anzahl der potenziellen Kunden dafür deutlich geringer ist. Mit M und L erreicht man einen Großteil der Kunden. Ähnliches haben wir schon seit längerem mit S und der Zwischengröße S und M, nur hier eben von der anderen Seite, Diese sehr kleine Größe ist nur für sehr kleine, schlanke Jugendliche sowie manche jüngere Erwachsene interessant. In Europa ist eine 10er-Packung für 30,99 Euro erhältlich, womit jede Windel 3,09 Euro kostet und die 3-Euro-Marke überschreitet. Hier sind wir definitiv im oberen Preisbereich unterwegs. Die Kritta Caboose als eine der saugfähigsten Windeln kostet pro Packung ähnlich viel, enthält allerdings 12 Windeln statt wie hier nur 10 Stück. Damit kommt sie auf einen Stückpreis von nur etwa 2,74 Euro. Die Unicorn-Windel setzt dafür auf Kleber aus Klett. Der Hersteller gibt die theoretische Saugleistung mit 7000 ml an. Im Außenmaterial sind sich beide wieder ähnlich und setzen auf Folie. Der Hersteller verspricht, dass die Unicorn eine weiche, aber dennoch stabile Folie verwendet. Außerdem soll sie breit geschnitten sein, was sicher einige unter euch freuen wird. Schlussendlich kann man das Verhältnis vom Preis zur gebotenen Leistung aber nicht aus der Ferne beurteilen, das muss ein Praxistest zeigen. In Europa ist Größe M inzwischen zeitweise ausverkauft, weswegen ich aktuell noch keinen Test eingeplant habe. Wenn sie wieder lieferbar sind, werde ich sie im Alltag ausprobieren und ein Video dazu machen. Schauen wir uns das neue Design nochmal etwas genauer an. Die Motive sind vorne in den oberen Bereich der Kleber gewandert, davor befanden sie sich mehr verteilt auf der gesamten Fläche, auch weiter unten. Nun gibt es eine Trennlinie unter den Motiven, ab denen Sterne folgen. Bunter ist es dafür hinten geworden, dort sind wieder mehrere Einhörner mit einem Regenbogen zu sehen. Die Seiten wirken, als ob der Farbton etwas aufgehellt wurde. Dafür sind nun zusätzlich blaue und gelbe Punkte aufgedruckt worden. Außerdem ist der obere Rand nochmal anders gestaltet in vertikalen Streifen. Den Rand nochmals anders hervorzuheben, scheint ebenfalls ein Trend zu sein. In der vorherigen Version war das noch nicht der Fall und der Rand schloss unauffälliger mit den Farben der Windel ab. Wie gefällt euch das neue Design der Unicorn-Windel? Findet ihr es besser oder schlechter als das vorherige? Wem es nicht gefällt, der findet hier noch ein paar andere Videos, in denen ich euch neue Windeln vorstelle. Vielleicht ist da ja etwas Interessanteres für dich dabei. Wer möchte, kann einen Kommentar mit seiner Meinung schreiben. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, bleibt trocken, bis zum nächsten Video.